Krasser Bilder, auf den jemand unglaubliches Glück hatte. Kann mir niemand erzählen, dass der Baum extra so gewachsen ist. Bei meinem Glück wären die Schlüssel schon längst weg gewesen. Kurze Fix, das kann echt wehtun, Mann. Wer auch immer der Fahrer war, einpacken war anscheinend nicht die Stärke. Und der LKW-Fahrer steht einfach nur auf den linken Rädern. Da hat er nochmal knapp die Kurve gekriegt. Dass das Handy so krass waagerecht fällt, kann mir niemand erklären. Schon wieder so ein komischer Baum. Ich weiß zwar nicht, wie man in so eine Situation kommt, aber wäre dieses Metallding ein bisschen weiter oben gewesen, wäre es nicht so gut ausgegangen. Die Leute in der Bahn haben einfach nur wegen der Statue überlegt. Zum Glück ist es diesmal ein Schild und kein Baum.